Ein gesunder Boden ist ein lebendiger Boden, denn durch die Aktivität von den abertausenden, oft mikroskopisch kleinen Organismen, werden die Bedingungen geschaffen, die es uns erlauben, Nahrungsmittel zu produzieren. Wie wir unseren Boden behandeln und bearbeiten, hat einen grossen Einfluss auf die Bodenbiodiversität und die Bodenfruchtbarkeit. Vergleicht man jetzt die Biofelder mit den konventionell bewirtschafteten Feldern, dann findet man in den Biofeldern sehr oft eine höhere Biodiversität, auch eine höhere mikrobielle Aktivität und oftmals auch eine bessere Bodenstruktur. Allerdings muss man schon auch sagen, die Erträge sind meistens etwas niedriger. Im DOC-Versuch in Terwil vergleichen das Fibel und Agroskop seit über 40 Jahren biologisch und konventionelle Anbausysteme. Neben der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsform spielt für die Bodenbiodiversität aber auch das sich ändernde Klima eine grosse Rolle. Denn nicht alle Arten kommen mit den sich häufenden Trockenperioden klar. Welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Bodenorganismen und deren Funktionen hat, ist nur unzureichend erforscht. Noch viel weniger weiss man über die Rolle des Bewirtschaftungssystems in diesem Zusammenhang. Darum möchten wir hier im DOC-Versuch dieser Frage auf den Grund gehen. Dazu wird in biologisch und konventionellen Anbausystemen eine Trockenperiode simuliert. In Zusammenarbeit von Microservices und Biofair, zweier grosser EU-Forschungsprojekte, wird dabei untersucht, welche Auswirkungen die mit dem Klimawandel einhergehenden Trockenperioden auf die Bodenorganismen sowie auf die finalen Erträge haben. Es ist durchaus denkbar, dass sich biologisch und konventionell bewirtschaftete Systeme unterschiedlich gut an die Trockenheit anpassen können. Und deswegen sind unsere Forschungsergebnisse wirklich wichtig für eine erfolgreiche Nahrungsmittelproduktion in einem sich rasant ändernden Klima. Und dann schauen wir uns auf die Daten ab. Untertitelung des ZDF, 2020